Mein Name ist Guba Franz. Ich bin Pflegekoordinator in der Notaufnahme von Brixen. Die Impfung hilft uns, aus dieser Situation auszusteigen. Wir haben relativ wenige Möglichkeiten. Entweder wir erkranken uns selber an Covid-19 oder wir lassen uns impfen. Impfen schützt. Südtirol impfen. Südtirol impfen. Impfen schützt. Die Impfung ist sehr wichtig. Sie ist für dich, sie ist für mich und sie ist für uns Allere. Aus diesem Grunde unterstützen wir diese Impfkampagne und wünsche allen alles Gute.